Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich mir ein ganz besonderes Replay rausgesucht, denn der Grupp-Steirer Waffenträger, den es ja bei uns noch nicht zu spielen gibt, dachte ich mir, den will ich euch mal zeigen, also habe ich mir da ein Replay rausgesucht und ziemlich wahrscheinlich wird dieser Panzer am 24.12. bei uns in den Premium-Laden bzw. in den Adventskalender kommen. Das heißt, jeder, der da spekulieren wird, ob er sich den Panzer holen soll oder nicht, der hat hier jetzt vielleicht das Replay schon mal zur Hand und kann sich da einen kleinen Eindruck dazu bilden. Wir haben gerade schon gesehen, die Gun Impression ist wirklich sehr, sehr minimal, also da hat er echt ein Problem. Der Vorteil, den der Panzer hat, dass er einen komplett frei drehbaren 360-Grad-Turm hat, also das ist auf jeden Fall schon mal ideal. Der schnellste ist er nicht, das sieht man hier ganz schön, also die Agilität kann er jetzt nicht richtig rausziehen. Ich denke mal, jeder, der mit dem Rheinmetall-Borsig gut umgehen kann, der wird sich mit dem Steirer Waffenträger auch ganz gut schlagen. Wir haben 203 Durchschlag mit Normal und 237 mit Premium und dieser Panzer hat ja ein ganz normales Matchmaking, das heißt, damit kommt man auch in 9er-Gefechte. Hier ist er jetzt mit seinem 7er in ein 8er-Gefecht gerutscht. Muss jetzt aufpassen, wir haben hier drei Artis im Spiel. Natürlich hier so einen Waffenträger mit kaum Panzer nimmt man da immer ganz gern ins Feuer. Aber man sieht, die Snapshots, die funktionieren, also schnellen Schuss rauspratzen, das geht. Geht es schön schnell zu, das heißt, man kann da wirklich gut aus der Hüfte schießen, braucht nicht lange einaimen. Das heißt, da hat er auf jeden Fall eine Stärke mit der Einzielzeit. Und hier schlägt er sich jetzt da wirklich sehr, sehr ordentlich. Und da die Art, die geht schon Richtung Typ 59, das heißt, die ist nicht weit weg von ihm, da muss er wirklich aufpassen. Und jetzt auf den T-150 da hinten, aber da hat er kein freies Schussfeld leider. Da kommt jetzt die Suu vorgefahren. Ja, schön seitlich kriegt er da leicht den Treffer raus. Gar kein Problem. Und der Alpha ist nicht so hoch, dafür ist die Ladezeit dann in Ordnung. Und dementsprechend kann er jetzt hier richtig schön da den Schaden rausdrücken. So, jetzt haut der KV-13 endlich mal ab, der da hier mal ein bisschen vor ihm war. Ist auch gut so. Also bis jetzt hat er wirklich das Glück, dass er hier nicht großartig vom Gegner beachtet wird, beziehungsweise auch natürlich von den Artis. Dann so richtig Artis steht er hier nicht. Das ist mal klar. Was man natürlich mit dem Panzer machen kann, so wie er es jetzt gerade macht, mit dem Heck zurückfahren, weil da hat man dann nicht so weit, dass man raus muss, bis man schießen kann, weil natürlich die vordere Seite, beziehungsweise die Front vom Panzer viel, viel, viel länger braucht, bis man da mit der Kanone arbeiten kann, als mit dem Heck. Also so ein bisschen die klassische Rheinmetall-Beziehungsweise Waffenträger-Reihe, so wie man es auch vom Neuner gut kennt, das heißt mit dem Puffer raus und dann kann man da schneller schießen. Weil ihr seht ja, dass hier vorne der Aufbau deutlich länger ist als hinten. Da hat er viel schneller das Rohr, das er dann zum Gegner durchbringen kann. Und hier selbst bergab bei 36, 37 ist da wirklich Schluss. Also ein, an Agilität will ich jetzt nicht sagen, mangelt es ihnen, es gibt ja definitiv langsamere TDs, aber eben auch schnellere. Jetzt muss er nach da drüben aufpassen, da war ja der hier erst zuletzt gesichtet. Da drüben geht es ordentlich her, muss man sagen. Den IS zieht er jetzt gerade, kriegt er nicht auf, leider. Ja, aber auf den Löwen kommt er drauf und da zieht er ganz bewusst auf die vordere Seite. Wollte ihn da eigentlich ketten, probiere es jetzt nochmal, aber schafft er da jetzt leider nicht. Zu schade, aber den Rheinmetall, in dem Fall schade, dass er jetzt keine HE dabei hat, weil mit HE wäre das natürlich noch viel angenehmer, da den Rheinmetall zu beschießen. Teamaufteilung ist gerade so ein bisschen ungünstig. Ich wollte gerade sagen, der T-34-1 war zuletzt hier, ist da alleine gestorben. Der VK steht hier, der Type hier, gut, die Artie ist natürlich hinten und er will so ein bisschen dann snipen, was hier noch so geht, wobei ich das ganz legitim finde. Macht es ja auch recht schön. Da war jetzt leider der Löwe gerade kurz weg. Oh, jetzt muss er aufpassen, da wird er aufgedeckt. Da ist nämlich der IS plötzlich wieder hinter ihm. Zack. Gut gemacht. Aber natürlich, wie gesagt, den Kruppsteier Waffenträger kein Problem zu durchschlagen. Da muss schon richtig doof laufen, aber er hat einen schnellen Reload, kann jetzt also hier den rausnehmen. Jetzt muss er nur aufpassen, dass die Artie ihn jetzt nicht in den Fokus nimmt. Passiert natürlich auch sehr, sehr schnell dann plötzlich. Ja, da klopft die Artie schon mal vorsichtig an. Mit 800 Hitpoints hat man natürlich jetzt auch hier nicht wirklich was zur Hand gegeben, wo man sagt, damit kann man jetzt richtig stark arbeiten. Also, sobald man einmal getroffen wird, so wie hier in der Runde geschehen, hat man auch schon richtig Probleme, weil danach könnte schon jeder Schuss wieder der letzte sein. Da hat der Snapshot auf den KV4 leider nicht funktioniert. Also, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Dart. Mit 140 PS ist er natürlich eben logischerweise nicht der schnellste. Drehungen der Wanne sind 40 Grad pro Sekunde. Und vom Turm eben nur noch 33,4. Das ist halt alles nicht wirklich schnell. Besonders die Panzerung mit 20, 10 und 8. Die Wanne und 20, 10 und 10 der Turm. Also, ihr braucht da euch definitiv nicht irgendwie versuchen, als Frontsau zu agieren. Und hier nimmt ihn die Hummel dann auch schon raus. Da war es das. Wie gesagt, ansonsten die Kanone mit einer Nachleitzeit von 7,2 und einer Einzelzeit von 1,9 Sekunden. Das ist der krasse, gute Vorteil, den dieser Panzer mit sich bringt. Also, die Kanone, wenn man ins Spiel bringt, hat es einen DPM von 2275,3. Sind vernünftige Werte, aber ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass das jetzt nicht der Überpanzer per se ist. Also, da gibt es welche, die natürlich etwas stärker sind, aber es ist auch am Ende des Tages immer Geschmackssache, weil jeder hat da so ein bisschen einen anderen Favoriten für sich entdeckt. Am Ende der Runde könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie viele Credits er gemacht hat. Das ist ja immer besonders interessant bei einem Panzer mit Premium-Hintergrund. Und das war dann doch ganz ordentlich. Also, Credits scheinen da abzuwerfen. Und ich glaube, ich darf es jetzt verraten, es wird keine siegreiche Runde. Gerade dann ist es natürlich schön, wenn man dafür ordentlich belohnt und entlohnt wird. Hat aber auch eine sonst sehr solide, gute Runde gespielt. Hat 4.493 Schaden gemacht. 590 unterstützt. Und, naja, abgeprallt ist dann dann leider nichts. Aber, wie gesagt, bei zwei Kills hat er den Schaden doch ordentlich nach Hause gefahren. Ja, dann habt ihr den Panzer jetzt mal gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.